Wir sehen doch überhaupt nicht mehr, wie das neue Normal aussehen soll. Was ist dieser Great Reset? Dass eben mit Panik regiert wird. Und deswegen habe ich dann auch diese Leidenschaft dafür entwickelt, dass ich besonders jüngere Menschen diese Panik nehme. I don't want you to panic, I want you to think, weil ja Greta gesagt hat, I want you to panic. Ja, Spaltung ist genau das, was die Regierung seit Jahren, seit Jahrzehnten mit uns betreibt. Und ich finde, was so schade ist, ist, dass der Feminismus im Grunde die eigene Stärke der Frau komplett kaputt macht, wenn eben gesagt wird, die Frau ist permanent unterdrückt und die Frau braucht Quoten, um an die Spitze zu kommen. Das empfinde ich als Beleidigung, dass ich eine Quote brauche, um irgendwas zu erreichen. Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, ein weiteres Video von Eingeschenkt im Gespräch. Heute aus Münster. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gesprächsgast, denn diese junge Dame, die ist sehr, sehr bekannt. Und vor allen Dingen fehlt es uns ja an jungen weiblichen Interviewgästen. Vielen Dank, liebe Naomi, für dieses Interview und dass wir heute die Möglichkeit haben, hier sozusagen in deinem Elternhaus zu drehen. Ja, herzlich willkommen. Du bist bekannt. Überschrift ist die Anti-Greta. Erklär mal. Was machst du, wer bist du für die Leute, die dich nicht kennen? Also meine Karriere, sage ich mal, ist wirklich eine Kettenreaktion aus zig Zufällen gewesen. Ich habe im Grunde angefangen, mich mit Politik und Oppositionspolitik, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu beschäftigen. Schon 2015 hatte die Migrationskrise in Deutschland begonnen. Und ich war immer komplett desinteressiert an allem, was mit Politik zu tun hat. Da war ich noch in der Mittelstufe und für mich war das immer sehr langweilig. Und bis heute bin ich auch der Meinung, dass alles, was mit Wahlen, Parteien und Politikern zu tun hat, mich nicht wirklich interessiert, weil es alles innerhalb des Systems ist. Und deswegen bezeichne ich mich auch als Libertäre, weil mich interessiert mehr die politische Philosophie. Und durch die Migrationskrise habe ich mich mehr mit der Frage auseinandergesetzt, welche Werte sind mir persönlich eigentlich wichtig in Bezug auf die Staatsordnung oder die Gesellschaftsordnung. Und bin dabei auf viele verschiedene YouTuber, Influencer in Anführungsstrichen und andere Aufklärer gestoßen, die dann auch weitere Bücher empfohlen haben, zum Beispiel die österreichische Schule zur wissenschaftlichen Bildung. Und da habe ich dann ein mieses Hayek und mit Freakmen gelesen. Genau, das habe ich alles gelesen, verschlungen. Und habe dann für mich letztendlich festgestellt, dass ich mich am meisten mit dem Libertarismus identifizieren kann. So wenig Staat wie möglich und so viel Freiheit wie möglich und so viel Selbstverantwortung wie möglich. Und natürlich sehe ich auch, dass eine Anarchie von heute auf morgen nicht realisierbar wäre, sondern man muss den Menschen erst einmal wieder beibringen, wie man überhaupt in Freiheit lebt. Weil wir sehen jetzt gerade, das größte Problem, das ich eigentlich sehe, ist, dass so viel Angst und Panik verbreitet wird, weswegen auch mein Spruch dann über die Zeit geworden ist, I don't want you to panic, I want you to think, weil ja Greta gesagt hat, I want you to panic. Und in so viel Angst suchen sich die Leute immer ein Autoritätssystem, irgendein Autoritätskomplex. Und das ist natürlicherweise der Staatskomplex, weil die Regierung auch genau das ausnutzt, noch mehr Angst und Panik verbreitet, weil sie ihn sehen. Auf diese Weise gewinnen sie umso mehr Macht. Deswegen, man kann natürlich sagen, der Staat hat auch eine schützende Funktion und eine helfende Funktion, aber er ist so anfällig für Machtkorruption, dass wir da einfach möglichst viele Puffer und Schutzmechanismen einbauen müssen und dem Staat so wenig Macht wie möglich geben müssen, damit sowas eben nicht passiert, damit die Macht nicht missbraucht wird. Ja gut, man gibt ja auch, ich sage jetzt mal, einen Teil der Verantwortung ab, anstatt die selber auszuüben. Genau, das ist auch viel Bequemlichkeit. Das ist bequem. Ja gut, aber sag mal, da hast du ja mit 15 schon begonnen, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Da fällst du ja voll aus dem Rahmen, also zumindest dem Rahmen der 15-Jährigen. Wie kam es denn dazu? Ich war immer schon, ich sage mal, sehr zielstrebig, vielleicht auch Streberin in der Schule, habe immer gute Noten geschrieben, aber hauptsächlich habe ich mich mehr mit Naturwissenschaften auseinandergesetzt und habe jedes Jahr bei Jugendforsch teilgenommen, aber hatte auch zig andere Interessen, habe gerne gemalt und geschrieben und öffentliche Reden zu halten, Public Speaking, das war immer eine besonders große Leidenschaft von mir. Deswegen haben mir auch diese Wissenschaftswettbewerbe so Spaß gemacht, weil man da am Ende des Jahres immer vor einer Jury und vor viel Publikum sein Projekt präsentieren musste und das natürlich möglichst komplexe wissenschaftliche Themen so gut wie möglich für das Laienpublikum erklären. Und da habe ich so gemerkt, das ist es eigentlich, was ich machen möchte. Ich möchte komplexere Nachrichten, die ich mit meinem Gehirn leicht verarbeiten kann, möchte ich so rüberbringen, dass auch andere Leute daran Spaß haben können, die vielleicht nicht die Zeit oder die Lust haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Und dann, was jetzt hier Politik betrifft, es hat sich dann einfach so entwickelt, dass obwohl ich nie Spaß an Politik hatte, wie man das so aus dem Unterricht kennt, als ich dann angefangen habe, mich mit der politischen Philosophie zu beschäftigen und auch so gemerkt habe, meine Meinung ist eigentlich eine sehr andere als die von so meinem Umfeld. Und das noch nicht mal wegen der intrinsischen Werte, weil natürlich, wenn ich jemandem sage, meine Werte sind Freiheit, Selbstverantwortung, dann stimmen wir alle zu und sagen, großartig, ich auch. Aber wenn es dann um die individuellen Ansatzpunkte gibt, wie man das in der Politik umsetzt, wie das Migrationspolitik und jetzt heute auch Corona und Klimawandel und sowas betrifft, dass der Mensch da Selbstverantwortung ergreifen muss, da plötzlich heißt es dann, nee, da brauchen wir den Staat. Und da sehe ich so eine kognitive Dissonanz bei ganz vielen Menschen. Und dann hat es mir Spaß gemacht, die Leute herauszufordern in Debatten und in Präsentationen in der Schule. Ich habe also schon in der 11. Klasse dann angefangen im Sozialwissenschaftsunterricht. Und da habe ich zum Beispiel, es war 2016, war ja die Wahl von Donald Trump. Und ich war die Einzige in meiner ganzen Stufe, womöglich in der ganzen Schule, die gesagt hat, der wird Präsident. Ich sehe das jetzt schon. Und sein Wahlprogramm ist nicht einfach nur dumm, weil natürlich alle gesagt haben, der ist ein Vollidiot und der kann niemals Präsident werden. Heute sagen alle, er ist böse. Damals hieß es immer, er ist dumm. Da will ich noch mal ganz kurz einhaken. Du hast über Werte gesprochen. Werte ist ja etwas, über das spricht man ja viel zu selten. Man spricht über einzelne Maßnahmen, Entscheidungen, ja oder nein. Aber im Gesamtkontext muss ja irgendwo ein Wert da sein. Für was für Werte stehst denn du? Ist es diese Freiheit, die du schon beschrieben hast, oder kommen da noch Werte dazu? Natürlich ist es die Freiheit an erster Stelle, aber Freiheit ruht auf weiteren Säulen. Also habe ich ja gesagt, die Selbstverantwortung, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und das muss man den Menschen erst einmal wieder beibringen. Dass sie selbstverantwortlich sind für ihre Fehler, dass sie sich dafür aber nicht schämen müssen. Sondern, dass wenn man einen Fehler gemacht hat oder wenn man bestimmte Defizite hat, dann kann man die doch nicht nur ausbügeln, sondern man kann sich weiterentwickeln. Jeder Mensch hat so viel Potenzial. Und was ich in den letzten Jahren sehr viel gesehen habe, ist, dass so viele Menschen eifersüchtig sind und sagen, wir haben so viel Ungleichheit. Und wir brauchen mehr Gleichheit zwischen den Menschen, zwischen Frauen und Männern. Frauen werden benachteiligt und Schwarze werden benachteiligt und so. Und natürlich gibt es Statistiken, die dann zeigen, Frauen verdienen weniger oder so. Aber vielleicht sind das ja zum Beispiel auch eigene Entscheidungen oder es hat mit anderen Faktoren zu tun. Vielleicht sind es keine Rassenungleichheiten, die zu verschiedenen Bezahlungen oder zum Beispiel Gefängnisstrafen und sowas führen. Sondern das sind vielleicht, in den USA zum Beispiel ist es so, dass natürlich viele Schwarze da insofern benachteiligt sind, dass sie in, was die Klassensysteme angeht, in ärmeren Verhältnissen leben. Und dort sind ganz viele Eltern, die sich getrennt haben. Also da sind die Trennungsraten viel größer, die Abtreibungsraten sind viel höher unter diesen Menschen. Und das hat nichts mit ihrer Hautfarbe oder ihrer Rasse zu tun. Und dann aber das immer darauf zu schieben, dadurch wird dann das Grundproblem nicht beseitigt. Sondern man sollte den Menschen zeigen, wie man eine Familie aufbaut, wie man die Kinder besser erzieht, wie man sie ohne Gewalt erzieht beispielsweise, wie man sie in Schulen besser in etwas beibringt. Die Public Schools, also die öffentlichen Schulen, sind so verkommen und so heruntergekommen. Also ich selber muss sagen, ich habe zwar einiges aus der Schule nehmen können, aber das lag hauptsächlich daran, dass ich mich selber dafür engagiert habe, dass ich eigene Präsentationen halten kann, dass ich selbst an Wettbewerben teilnehme. Ansonsten hätte ich mich da permanent nur gelangweilt. Und auch weil ich den Müd hatte... Sprichst du jetzt über die deutschen Schulen? Ja, jetzt ist es aber in beiden ähnlich, weil es beides diese öffentlichen Schulsysteme sind. Hier haben wir, es ist ein Fluch und ein Segen, dass wir hier keine Privatschulen oder so haben. Insofern, weil die öffentlichen Schulen dadurch in den USA noch schlechter sind. Aber wir haben eben hier nicht mal die Möglichkeit, Homeschooling zu betreiben und das finde ich schon sehr schade. Außer jetzt während Corona, ne? Ja, klar, aber es ist trotzdem immer noch mit dem öffentlichen Schulsystem. Es werden immer noch, alle kriegen die gleichen Bücher. Genau, und die Lehrpläne sind beschrieben. Und das Traurige ist, dass dabei ist mir einfach aufgefallen, dass zum Beispiel im Politikunterricht, da gibt es nicht das ganze Spektrum an Meinungen, das einem präsentiert wird. Und natürlich erwarte ich noch nicht einmal, dass wir wirkliche, ich sag mal, Nazi-Meinungen irgendwie als eine valide Meinung mit reinbringen müssen. Aber das ist es überhaupt nicht, was ich verlange. Ich sage nicht, dass wir hart links und hart rechts besprechen müssen, sondern das ganze Spektrum hat sich einfach so stark nach links verschoben, dass noch nicht einmal gemäßigte rechte Meinungen toleriert werden, sondern alles, was diesen Begriff rechts an sich hat, das gilt gleich als irgendwie etwas Böses. Und wird dadurch im Unterricht dann auch viel zu wenig thematisiert oder eben als etwas strikt Negatives? Wenn wir über Werte sprechen, ich glaube dann spätestens müsste rechts, links völlig egal sein. Das ist der Punkt. Dieses rechts, links, diese Spaltung ist genau das, was die Regierung seit Jahren, seit Jahrzehnten mit uns betreibt. Deswegen auch die Spaltung zwischen Mann und Frau mit dem Feminismus, deswegen die Spaltung zwischen Schwarz und Weiß mit der Rassismusfrage, wo jetzt zum Beispiel die große Black Lives Matter Bewegung in den USA für viel Humor gesorgt hat. Und eben, ja, links und rechts ist so das große Spiel. Weißt du, ich habe das auch als, ja, wie soll ich sagen, ich meine, ich bin ja jetzt nicht schwarz. Black Lives Matter, natürlich wird jeder zustimmen. Ja, aber die Aussage ist doch falsch. All Lives Matter wäre richtig. Ja, alle Menschen sind wichtig. Ich verstehe das sogar aus deren Sicht, dass die sich dann, ja, irgendwie ignoriert fühlen, wenn man dann All Lives Matter sagt, weil sie doch ursprünglich die Black Lives Matter Nachricht rausbringen wollten. Und dann fühlen sie sich, ja, so als würde man sie herablassend behandeln, weil man ihre Nachricht irgendwie dann verändert. Und dann habe ich häufig gehört, ja, natürlich All Lives Matter, aber das war jetzt gerade nicht die Nachricht, die wir rausbringen wollten. Und irgendwie machst du damit alles kaputt, was ich erreichen wollte. Ich habe dafür wirklich Empathie für viele der ganzen, ich sage jetzt einfach mal so, ich habe pauschal Leben. Ja, ich habe auch Empathie, aber es ist wieder eine Art von Spaltung, die auch wieder von der anderen Seite. Ganz genau. Da muss man aber eben wieder in diesen Diskurs kommen. Man muss wieder die Möglichkeit haben, mit diesen Menschen zu reden. Deswegen habe ich auch selber in eigenen Videos auf meinem Kanal gesagt, ganz ehrlich, ich werde noch nicht mal den All Lives Matter Hashtag pushen oder so. Das ist auch wieder irgendwie eine Art von Spaltung, weil dann ist es All Lives Matter versus Black Lives Matter. Sondern ich möchte lieber, dass wir gar nicht mehr diese bescheuerten Hashtags verwenden, sondern einfach aufeinander zugehen. Und wenn wir eine individuelle Person vor uns haben, sei es schwarz oder weiß, und die sagt mir, ich fühle mich irgendwie benachteiligt oder unterdrückt von dieser exakten Person, dann kann man darüber reden. Wenn eine Person der Meinung ist, derjenige, bei dem ich angestellt bin, der benachteiligt mich ganz offensichtlich, weil ich schwarz bin, dann kann man das ansprechen und dann wird man sich eine Lösung finden. Oder man wechselt eben, man wechselt den Job. Da wird es genug Menschen geben, die dann feststellen, da ist jemand mit großartigen Qualifikationen, ist mir vollkommen egal, ob der schwarz oder weiß ist, diese Qualifikation wird man anbringen können. So funktioniert das in der freien Welt. Ja klar, und ich sage es mal, wir sitzen jetzt hier friedlich am Tisch. Du bist jung, ich bin etwas älter, du bist eine junge Frau, ich bin ein Mann. Die Spaltung geht ja kreuz und quer durch die Gesellschaft, über die Geschlechter, über alles. Und sag mal mit dem Feminismus, das hast du schon angedeutet. Willst du das mal ein bisschen beschreiben, wie du mit diesem Feminismusvorwurf umgehst? Der Grund, weswegen ich was gegen den Feminismus habe, ist noch nicht einmal die Nachricht, die sie ja vom Grund auf bringen wollen. Es wird ja immer als erstes mit der Definition begonnen. Eigentlich bedeutet doch Feminismus nur die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Ja, aber das ist eben nicht, wie der Feminismus gerade auf der Welt praktiziert wird. Vielleicht haben wir irgendwann mal den Feminismus gebraucht, aber so die aktuelle Welle des Feminismus geht ganz anders damit um und sucht wirklich verzweifelt nach, nach Ungleichheiten, die aber nichts mit Ungleichberechtigung zu tun haben. Also ich kann natürlich, kann ich Menschen verschieden behandeln, aufgrund ihrer, ja einfach, wie sie verschieden im Leben sind, an welchen Punkten sie im Leben sind, welche Charakterzüge sie haben. Und natürlich gibt es auch pauschale Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gibt dann viele Frauen, die etwas männlicher sind oder maskuliner so. Es gibt auch Männer, die sich femininer verhalten. Aber das ist dann wieder die Frage des, wie gehe ich mit dem individuellen Menschen um? Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Und ich finde, was so schade ist, ist, dass der Feminismus im Grunde die eigene Stärke der Frau komplett kaputt macht, wenn eben gesagt wird, die Frau ist permanent unterdrückt und die Frau braucht Quoten, um an die Spitze zu kommen. Das empfinde ich als Beleidigung, dass ich eine Quote brauche, um irgendwas zu erreichen. Das ist nicht der Fall. Ich brauche keine Quote, sondern es liegt ganz alleine an mir. Und ich habe auch viele Vorteile als Frau in der Welt. Hast du dich schon mal benachteiligt gefühlt? Nee. Es gibt natürlich, es gibt Punkte, da sage ich, okay, da sind Männer nicht die Besten. Okay, ich nenne jetzt mal, um ein konkretes Beispiel zu nennen, muss ich jetzt doch ein konkretes Beispiel nennen. Es ist natürlich, es ist eher eine reine Frauensache, so als Influencer, als populäre Person, dass wenn man irgendwelche Fotos postet oder so, dass dann so eher die schleimerischen Kommentare von den Männern kommen, teilweise auch perverse Kommentare. Das ist eher eine Männersache, ja, aber ich kriege unglaublichen Zickenkrieg von den Frauen. Also es ist beides, natürlich gibt es da Attribute, die eher männlich oder eher weiblich sind, aber das heißt nicht, dass ich nur sagen muss, dass alle Männer schlecht sind. Ich habe ein vorwiegend männliches Publikum, auf YouTube teilweise über 90 Prozent. Das heißt, also wahrscheinlich werden die meisten negativen Kommentare auch von Männern kommen, aber das liegt nicht daran, dass Männer per se schlecht sind, sondern es gibt immer Idioten, aber das sind nicht Männer, sondern das sind einfach Menschen, die Idioten sind. Ja, also deswegen, ich kann nicht sagen, dass ich mich benachteiligt fühle als Frau. Ja gut, ich bin ja der Meinung, Männer und Frauen sind nicht gleich. Ja, ist doch so. Aber gleichwertig. Ganz genau. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das spannend, dass Frauen ganz anders sind wie Männer. Ja, eben, das ist auch so. Ich finde das auch super spannend. Und noch ein negativer Aspekt, den ich häufig erlebt habe zum Beispiel, ist, dass Männer gerne herablassend sind zu Frauen. Das ist schon so, aber das ist in Ordnung, weil ich habe doch als Frau dann die Stärke, ihnen zu zeigen, dass ich Ahnung habe. Ich kriege häufiger irgendwie auch nett gemeinte E-Mails von Männern, die dann sagen, ich bewundere das sehr, was du machst, auch so als Frau und als junge Frau, aber ich habe hier noch alles Mögliche, was ich dir noch erklären kann. Also lass mich dir die Welt erklären. Und ich schätze das auch. Ich finde das nett auf eine Weise, aber ich merke auch, dass da viel Herablassendes mit drin ist. Und das ist etwas, was ich eher von Männern bekomme. Aber es ist doch in Ordnung, weil dann kann ich doch zeigen, ist doch viel cooler, wenn mich die Leute unterschätzen und ich dann zeigen kann, ich weiß das auch. Und dann kommt man auch in viel spannendere Diskussionen. Ach so. Ja, dann kannst du die sozusagen enttäuschen. Ja, genau. Okay. Ich glaube auch nicht, dass die Männer sich da einen großen Gefallen damit tun, so als überhebliche Besserwisser rüberzukommen. Das sind ja nicht alle Männer. Muss man ja immer dazu sagen. Hashtag not all men. Sehr schön. Zum Libertären hast du schon was gesagt. Vielleicht bevor wir zu den aktuellen Punkten kommen, die ich viel spannender finde und die dich auch viel bekannter gemacht haben, das Libertäre. Ich kenne ja auch die österreichische Schule der Nationalökonomie und ich will ja auch selber möglichst viel Verantwortung haben. Also Eigenverantwortung. Ich möchte auch, dass der Staat mir nicht jeden Euro aus der Tasche zieht, sondern ich möchte selber entscheiden, ob ich den für A oder für B besser ausgeben kann. Ja, nur ich habe ein Problem mit den Libertären. Vielleicht kannst du mir da helfen. Und zwar, wenn es zu einer gewissen Machtkonzentration kommt. Macht, Vermögen, Geld und so weiter bis hin zu einer Monopolbildung. Wo ist da die Grenze? Muss der Staat nicht irgendwo dort eine Grenze ziehen? Weil, wie gesagt, es gibt solche exponentiellen Systeme, das Geldsystem zum Beispiel oder auch andere, die einfach dann so eine Wirtschaftsmacht haben, dass kein anderer mehr daneben groß wird. Ja, so. Und das macht mir ein bisschen Angst. Nee, mir macht genau das Gegenteil Angst. Weil nämlich die Monopolbildung immer nur dann in der freien Marktwirtschaft passiert, wenn die Regierung involviert ist. Das, was wir jetzt als Monopole sehen, die riesigen Firmen, die kriegen alle unglaubliche Steuervorteile und die sind eng alliiert mit der Regierung. Das ist ein Geben und ein Nehmen zwischen diesen beiden Machtkomplexen. Und das hat nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun. Deswegen, wir wissen überhaupt nicht, wie eine freie Marktwirtschaft aussieht. Und ich bin überzeugt davon, dass in der freien Marktwirtschaft, wenn wirklich alle gleichberechtigt im Wettkampf sind, dann werden auch nur die an die Spitze kommen, die wirklich gute Produkte produzieren. Und sobald da irgendwelche Makel dran sind oder irgendwelche, sagen wir mal, neue Technologien dazu führen, dass Menschen mehr überwacht werden von dieser Firma, dann werden die Menschen das auch nicht mehr kaufen, sondern zu den Alternativen wechseln. Aber diese Alternativen, die kann es erst in einer wirklich freien Marktwirtschaft, in einer libertären Gesellschaft geben, weil die jetzt gerade überhaupt nicht die Wettbewerbsmöglichkeiten haben. Kleine Geschäfte, kleine Unternehmen werden doch besonders jetzt in der Corona-Zeit so benachteiligt, so unterdrückt, das wäre in der freien Marktwirtschaft nicht der Fall. Also in der freien Marktwirtschaft müsste auch jetzt der Einzelhändler, der vielleicht Schuhe verkauft, nicht schließen. Ganz genau. Okay. Also, gehen wir mal da weg. Du hast einige öffentliche Vorträge gemacht, damit bist du auch bekannt geworden. Und wie alt warst du mit deinem ersten größeren öffentlichen Vortrag? Das war im letzten Jahr, da hat das im Grunde mit einem angefangen. Also da war ich 19. Ich habe meinen YouTube-Kanal im Mai 2019 gestartet. Und vorher hatte ich nur zweimal, glaube ich, oder dreimal vielleicht Blogartikel kurz so verfasst. Und die sind dann in Deutschland ein bisschen, haben die die Runde gemacht, hatten vielleicht 10.000 Aufrufe oder sowas, eher Klicks. Und ich hatte einmal, 2016, hatte ich bei Unblocked, der jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade noch groß auf YouTube ist, aber auf jeden Fall auf Telegram ist er auch sehr groß. Da habe ich bei ihm ein Interview gemacht, da war ich, wie gesagt, 16, glaube ich. Und das hat auch ziemlich die Runde gemacht. Das heißt also, die Leute in Deutschland kannten mich schon irgendwie so vom Namen her. Und ein großer Aspekt ist auch, dass meine Mutter auf Facebook ziemlich groß geworden ist mit ihren politischen Meinungen. War aber früher niemals politisch involviert, sondern das ist auch bei ihr, war das so eine ganz natürliche Entwicklung, dass sie selber sich in die Themen reingelesen hat und dann eben erstmals so gesagt hat, hey, ich habe hier eine andere Meinung. Was sagt ihr dazu? Also es war sehr freiheitlich und überhaupt nicht irgendwie belehrend oder so. Und das hat sie auch nie bei mir praktiziert. Also wir haben immer nur auf Augenhöhe diskutiert, auch weil wir sehr verschieden sind, was unsere Kompetenzen angeht. Zum Beispiel hat sie, keine Ahnung von den wissenschaftlichen Aspekten, aber sie ist meiner Meinung nach die beste Anwältin der Welt und kann mir eine Menge über die rechtlichen Komponenten in der Politik erklären, wovon ich null Ahnung habe. Das heißt also, wir ergänzen uns da wirklich ideal und führen viele Diskussionen. So, aber dann inzwischen ist sie von Facebook gelöscht, ist jetzt aber auf Telegram auch aktiv. Und dadurch kannten mich dann eben schon ein paar Leute oder zumindest den Namen Seibt. Und als ich dann meinen YouTube-Kanal gestartet habe, ist das dann recht schnell hochgegangen. Anfangs hatte ich nur ein Gedicht für einen Gedichtwettbewerb zum Thema Mut hochgeladen. Das hatte dann ziemlich schnell 30.000 Aufrufe, was für so ein allererstes Video echt gut ist. Und dann habe ich so ein zweites Video gemacht, wo ich mein Gesicht gezeigt habe und gesagt habe, hi, ich wollte eigentlich schon lange mal sowas machen, mich irgendwie hier in die YouTube-Szene begeben, weil ich so lange schon die anderen Leute hier gucke. Vielleicht wird das ja was, vielleicht werde ich das machen, wenn das gut ankommt. Und das hat dann so irgendwie 100.000 Aufrufe recht schnell bekommen. Da habe ich gedacht, so jetzt bleibe ich dabei. Ja, und dann habe ich über die Monate so allein in der deutschen Szene vielleicht so um die 30.000 Abonnenten bekommen. Und dann im Sommer habe ich ein Video zum Klimawandel hochgeladen. Das ist jetzt so das erste Naomi-Thema. Ich habe mich wirklich davor, mindestens sechs Monate lang, habe ich mich wirklich intensiv da rein gelesen, weil das war wirklich ein Thema. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er die andere Seite recht. Vielleicht ist das Ganze eine Verschwörungstheorie zu sagen, den Klimawandel zu leugnen. Das ist ja immer so die Bezeichnung, die gerne verwendet wird. Und bin dann aber tatsächlich auf ausschließlich wissenschaftliche Quellen gestoßen, wo ich mir auch wirklich die Studien intensiv durchgelesen habe, weil ich eben, wie gesagt, auch großes Interesse an der Wissenschaft habe und das nach der Schule wieder aufgreifen wollte. Ich habe mit 16 Abitur gemacht, das liegt also auch schon ein bisschen zurück und hatte Spaß daran, mich wieder mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Und so habe ich dann dieses Video gemacht. Und da habe ich ausschließlich Fragen gestellt, skeptisch. So, ja, was ist denn mit anderen Faktoren wie der Sonne beispielsweise? Und da gibt es dann, also da gibt es Solarzyklen, was ist mit dekadischen Oszillationen der Meeresströmung? Also habe ich einfach so ein paar Dinge aufgezählt und eben das so präsentiert. Es war keine Hassrede, aber das Video wurde nach einem Tag gelöscht von YouTube. Einfach komplett gelöscht. Und das hat mich natürlich komplett irritiert, weil ich auch sehr viel Arbeit investiert habe. Und dann hat meine Mutter, wie gesagt, Rechtsanwältin, hat dann angeboten, und ich werde jetzt einen Brief direkt zu Google Headquarters nach Irland schicken oder E-Mail und hat sie dann dazu aufgefordert, das innerhalb einer Frist von 24 Stunden, glaube ich, das wieder hochzuladen. Und heutzutage, glaube ich, wäre das nicht mehr möglich. Das machen die nicht mehr, haben sie aber gemacht zu dem Zeitpunkt noch. Und dann ist es wirklich wieder hochgeladen worden. Dadurch hat es natürlich noch mal mehr Aufsehen erregt und hat dann so an die 200.000 Aufrufe bekommen oder so. Und dann wurde ich von Eike angeschrieben. Eike ist eine klimaskeptische Organisation in Deutschland, die größte. Und die haben mich eingeladen, im November 2019 nach München zu kommen, zu deren Konferenz. Und da war ich dann auch wirklich nur als Gast und habe mir zwei Tage lang die ganzen Präsentationen angehört. Und da habe ich dann Lord Christopher Monken kennengelernt, der inzwischen auch ein paar Mal auf meinem Kanal war. Und den habe ich da sehr bewundert, weil er diese britische Präsenz hatte und großartige Reden halten kann und auch so viel wusste und so viele Erfahrungen in seinem Leben schon hatte, über alles Bescheid wusste, so gefühlt. Und da habe ich mich nach seiner Rede neben ihn gesetzt einfach und habe mich mit ihm unterhalten. Und dann kam es dazu, dass wir uns wirklich ewig unterhalten haben. Und irgendwann hat er mich gefragt, hättest du Lust, vielleicht am Ende der ganzen Veranstaltung für fünf Minuten selber auf die Bühne zu gehen und ein paar Worte zu sagen, weil du hier so die Außenseiterin bist als das junge Mädchen. Denn alle anderen sind die alten, weißen Männer. Und damit wollte er mich quasi testen und sehen, ob ich den Mut dazu habe, dieses Public Speaking selber zu betreiben. Und das habe ich dann gemacht, weil ich sofort hellauf begeistert war davon. Und das wurde auch auf YouTube hochgeladen. Und dann hat er mich außerdem James Taylor vorgestellt, der der Chef des Harten-Instituts war. Also ein amerikanischer Think Tank, auch zum Klimawandel, Klimaskepsis. Und dann hat er mich eingeladen, eine Woche später nach Madrid zu kommen und da auch zu einer Klimakonferenz mitzumachen. Wieder war überhaupt nichts abgesprochen. Erstens wurde ich nicht bezahlt oder so. Und zweitens war nicht abgesprochen, dass ich irgendwie eine Rede halte oder so. Da wurde ich wieder spontan gefragt. Und ich hatte schon so im Kopf, oh, das wäre schon schön, wenn ich da jetzt noch mal was öffentlich sagen könnte. Sollte ich das wiederholen? Warst du dann besser vorbereitet? So insgeheim? Nee, ich war überhaupt nicht vorbereitet. Wieder nicht. Und vor allem war es dann diesmal auf Englisch. Und das war dann das erste Mal auch auf Englisch. Weil vorher war mein Kanal ja auch vollkommen deutsch und die Veranstaltung in München. Und ich habe aber immer die englische Sprache heiß und linnig geliebt. Ich habe Shakespeare gelesen und analysiert und habe zig Bücher und Filme, Sherlock vor allem in der Mittel- und Oberstufe geliebt und gelesen. Und deswegen war das so für mich dann so mein erster Leidenschaftsmoment, wo ich da ja gefilmt wurde und da selber was auf Englisch sagen konnte. Und da war voll aufgeregt. Aber dann hat das eben auch, ich glaube, über die 200.000 Aufrufe oder so recht schnell bekommen. Und das war dann auch dein Start für deine ganze englische Follower. Und die englischen Follower heutzutage, du machst hauptsächlich YouTube jetzt nach wie vor? Oder was ist dein Hauptkampfgebiet? Jetzt ist es ein bisschen gespalten, weil ich auf YouTube habe ich hauptsächlich eine internationale Szene. Viele aus Brasilien lustigerweise. In jedem Livestream ist das inzwischen so ein Inside-Joke, dass da die Brasilianer sagen, sag mal hallo zu Brasilien. Und dann muss ich immer hallo zu Brasilien sagen. Viele Australier auch, weil ich ja bei Sky News Australia ein paar Mal war. Und ja, aus der ganzen Welt, viele Amerikaner. Und ansonsten gibt es ja noch die App Telegram, wo ich gerade wirklich am meisten poste. Aber das ist eben wirklich eine deutsch dominierte App. Und ich bin ja auch sehr gut befreundet mit dem Oliver Jarnich. Und er hat mir im Grunde so zu meinen Followern da verholfen. Deswegen teilen wir uns im Grunde unsere Follower. Beziehungsweise er hat natürlich viel mehr. Aber meine Follower decken sich sehr viel mit sein. Und deswegen mache ich da im Grunde alles auf Deutsch. Und da habe ich es mir jetzt auch gerade so zur Aufgabe gemacht, dass ich den ganzen internationalen Content, weil ich so viele Kontakte in den USA habe und so viel Reichweite auf Twitter beispielsweise, da habe ich an die irgendwas über 40.000 Follower, dass ich da die wichtigsten Dinge übersetze, komprimiert und eben auf Telegram verbreite. Weil ich weiß, dass viele Deutsche Probleme mit der englischen Sprache haben. Und mir das aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass wenn wir Globalismus bekämpfen wollen und diesen globalen Machtkomplex, der wirklich die Gefahr ist, die ich gerade sehe, dann müssen wir auch globale Politik verstehen. Dann können wir nicht in unserer deutschen Blase bleiben. Und deswegen ist das so die Arbeit, die ich auf Telegram da betreibe, dass ich eben da viel Übersetzungen mache und viel selbst so erkläre, wie die Geschehnisse auf der Welt sind. Und genau, auf YouTube, wie gesagt, habe ich immer noch hauptsächlich internationales Publikum oder vielleicht Hälfte, Hälfte, ein bisschen mehr international als Deutsch. Und da mache ich das auch wirklich, dass ich da so gut wie ausschließlich auf Englisch rede. Es sei denn, Deutsche haben irgendwie Livestreams, deutsche Fragen, dann beantworte ich das auch auf Deutsch. So wie das dann aber weitergegangen ist, dass ich dann wirklich groß geworden bin oder in die Medien. Ich bin ja dann wirklich in die Mainstream-Medien gekommen. Das ist eigentlich das Interessante, weil vorher war ich ja nur in meiner eigenen YouTube-Blase. Als ich dann mit dem Heartland-Institut angefangen habe, da, ja, ich habe erst mit denen gearbeitet, wirklich im Januar 2019, in 2020. Aber ich war vorher eben schon mit denen in Kontakt und die haben schon so einen Press-Release gemacht, so eine Pressemitteilung, dass ich jetzt mit denen gemeinsam arbeite, sodass dann eben die Presse mich kontaktieren kann oder die kontaktieren kann, falls sie ein Interview wünschen. Wie gesagt, ich wurde dafür nicht bezahlt. Es sind immer so Gerüchte, die da kursieren, dass ich so eine neue Greta bin. Deswegen bekam dann das auch mit der Anti-Greta. Ich glaube, Spiegel Online hat irgendwann Ende November, Dezember 2019 einen Artikel über mich gebracht, in dem ich als Anti-Greta diffamiert wurde. Und das sollte wirklich ein negativer Begriff sein. Ich sollte so als Anti-Christin diffamiert werden. Und dann habe ich aber gedacht, das mache ich jetzt zu meinem eigenen Gag. Und dann habe ich mich selber teilweise als Anti-Greta bezeichnet. Also habe ich den Spieß umgedreht. Heute lasse ich mich nicht mehr als Anti-Greta identifizieren, weil das für mich immer noch diese negative Konnotation hat mit Anti-Christin. Aber es ist eben dann so mein Markenzeichen geworden. Und ich konnte dann mit den Medien zeigen, hey, ihr wolltet mich runterziehen. Jetzt habe ich genau damit meine Popularität gewonnen. Das ist ja beinahe so wie die asiatische Kampfkunst. Die Kraft des Anderen nicht abwehren, sondern noch verstärken und ihn damit aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, damit hat Spiegel Online damals angefangen. Herzlichen Dank. Okay. Sag mal, hattest du da nicht Angst irgendwie so ein bisschen? Du hast gesagt, du wurdest gefragt, auf die Bühne zu gehen und warst hellauf begeistert. Ich meine, viele würden sich lieber das Leben nehmen, anstatt vor einer größeren Menge von Menschen zu sprechen. Hattest du nicht irgendwie... Nervosität definitiv. Aber, wie ich schon sagte, ich habe das immer so als meine Mission gesehen, dass ich komplexe Themen für ein Laienpublikum vermittle und auch irgendwie auf meine persönliche Art und Weise. Also irgendwie freundlicher und auch empathischer. Weil ich eben auch selber es sehr, ich sage mal, wirklich an mir schätze, dass ich mich sehr viel auch mit der anderen Seite auseinandersetze. Ich habe viele Leute, viele Freunde, die eher links sind. Und ich setze mich sehr viel damit auseinander. Ich versuche wirklich zu verstehen, was hinter Genderideologie, kann man es vielleicht bezeichnen, steckt. Aber ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt. Wie kommen diese Menschen darauf, dass sie sich als non-binary sehen? Und ich kann da wirklich Empathie zeigen. Ich verstehe das auf irgendeine Weise. Ich verstehe, warum sich da die Schwarzen zum Beispiel unterdrückt fühlen. Wenn das immer wieder so propagiert wird, ihr werdet unterdrückt, es ist so, das ist die Realität, Hashtag Black Lives Matter, dann fühlt man sich doch auch wie das Opfer. Deswegen, ich finde, man muss nicht diese Menschen bekämpfen, sondern man muss diesen ganzen Opfer-Schuld-Komplex, was auch immer, das, was da in die Welt gesetzt wird am Propaganda, muss man an der Wurzel bekämpfen, nicht die Menschen. Die sind einfach nur Opfer dieser Indoktrination. Ja gut, das ist dann Teil und Herrscher. Die Frage ist, wer teilt und wer herrscht. Ja, und deswegen habe ich es aber eben immer als etwas Positives empfunden und wollte damit immer eine positive Nachricht vermitteln und dann war mir das auch wichtig. Und ich habe mir einfach immer gesagt, du hast nichts zu verlieren, wenn du immer ehrlich bist. Deswegen, für mich ein erster Stille steht immer für jedes Interview, nicht lügen. Einfach ehrlich zu dir selbst sein vor allem. Und selbst wenn das Dinge sind, die dann kontrovers sind oder so, solange du dich erklärst und zu dem stehen kannst, innerlich, was du sagst, ist es in Ordnung. Sag mal, du hast da auch so viel Aufmerksamkeit im Positiven, aber auch Gegenwind dann im Negativen wahrscheinlich geerntet, weil du dich ja mit Themen beschäftigst, die eigentlich so wie zementiert im Mainstream stehen. Also ich sage jetzt mal das Thema menschengemachter Klimawandel und jetzt eben diese PCR- und Corona-Geschichten. Wie suchst du dir eigentlich deine Themen aus? Bei dem Klimawandel war es ja jetzt wirklich diese Zufallsgeschichte, dass ich da das Video gemacht habe, dass das so durch die Decke gegangen ist, weil es komplett zensiert worden ist. Deswegen, das war ein starker Angriffspunkt, weil dieses Klimawandel-Thema, das hat mir dann auch gezeigt, das ist wirklich ein Thema, da haben die Angst, dass die Wahrheit rauskommt. Oder dass das Mainstream-Narrativ irgendwie angegriffen wird. Und hat dich das dann noch kampfeslustiger gemacht? Ja, das natürlich auch, aber dann kam ja eben auch dazu, dass ich dann zu dieser Anti-Greta geworden bin über viele Zufälle. Gemacht wurde. Ja, genau. Und dann war aber so der große springende Punkt, war, dass ich dann durch diese Pressemitteilung vom Hartland-Institut hat sich dann die Washington Post bei mir gemeldet. Und mein Chef oder späterer Chef dann, damals war das noch nicht mein Chef, James Taylor, ja, vom Hartland-Institut und auch alle anderen vom Hartland-Institut haben mir alle gesagt, mach das nicht. Das ist der Mainstream. Washington Post ist riesig. Die hassen dich, die ziehen dich durch den Dreck. Das wird nicht gut. Und ich war aber, ich war hier zu Hause, die waren in den USA. Das war, wir hatten immer nur so Fernkommunikation. Und ich habe dann aber gedacht, ich mache das trotzdem, ich kann was. Weil ich weiß von mir, dass ich keine schlechte Person bin. Und ich weiß, dass ich mit Menschen umgehen kann. Und ich werde die überzeugen, dass, selbst wenn sie am Ende nicht mit mir übereinstimmen, was den Klimawandel betrifft, dass ich wenigstens meine Seite rausbringen kann und dass ich zeigen kann, dass ich nicht einfach nur irgendein ahnungsloses, blondes Mädchen bin. Sondern, dass ich hinter der Wissenschaft auch stehe. Also habe ich dieses Interview trotzdem heimlich angenommen und habe dann mit denen per WhatsApp und per Handy dann dieses Interview geführt von der Washington Post. Ich habe die bis heute die Kontakte in meinem Handy. Und eigentlich sollte das nur ein kurzes Interview werden. Die hatten sich auch nicht viel davon erwartet. Das ist ja irgendeine deutsche Antigreta. Okay. Dann haben sie aber eben, sind sie dann darauf gestoßen, dass ich alles Mögliche an Quellen und so liefern konnte. Und dann haben sie mich auch immer wieder, wollten sie mich wirklich in die Ecke drängen und haben mir noch über die ganze Woche täglich Nachrichten geschickt. Bitte gib mir noch Quellen hierfür. Dafür will ich eine Quelle. Zeig mir das, dass das stimmt. Habe ich gemacht. Habe ich denen alles geliefert. Letztendlich ist von den ganzen Wissenschaftlichen gar nicht so viel in dem Artikel. Aber es war wichtig, dass ich das gemacht habe, damit sie mich ernst nehmen. Und so ist der Artikel wirklich sehr neutral bis eher positiv ausgefallen. Und nicht nur das. Es war das Frontcover der Washington Post. Und da waren dann natürlich alle erstmal stolz. Und ich war auch sehr stolz darauf, dass das so funktioniert hat und so glimpflich gelaufen ist. Und da hat es dann wirklich angefangen, dass plötzlich, täglich, habe ich teilweise, ja, 100 E-Mails bekommen von allen möglichen News-Outlets, Presse auf der ganzen Welt, die mit mir was machen wollten. Und dann war ich bei Sky News Australia im Fernsehen live. Australien, Zeitdifferenz, hier war es 2 Uhr morgens. Ja, und da war ich dann in meinem Zimmer einfach nur mit meinem Handy. Auf Skype war ich dann bei denen im Interview. Und, ja, eben, wie gesagt, auf der ganzen Welt. Und dann wurde ich ja noch eingeladen in die USA zu CPAC, so eine riesige konservative Konferenz. Da habe ich auch Trump sogar live reden gesehen. Und wurde da selber als Rednerin eingeladen, um eben das Heartland-Institut zu repräsentieren. Und habe da auch ein langes Q&A gegeben. Ja, das ganze Material ist auch auf meinem Kanal noch. Genau, und das war der Grund, oder das war so die Geschichte, wie ich für den Klimawandel bekannt wurde. Und dadurch vervielfacht sich das ja natürlich auch exponentiell. Mein eigenes Wissen auch. Ich habe mich dadurch natürlich auch viel mehr damit noch beschäftigt. Und habe viel mehr Kontakt zu den ganzen Wissenschaftlern selbst bekommen. Konnte direkt diese Leute befragen zu den einzelnen Themen. Also ein besseres Studium gibt es nicht. Sehr interessant, wie sie das alles entwickelt hat und in welche Kreise du vorgestoßen bist. Aber du hattest eingestreut, ich bin ja kein schlechter Mensch und ich traue mir das zu. Wer hat denn dir dieses Selbstvertrauen eingeimpft? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich früher gar kein Selbstvertrauen hatte. Also ich war immer so extremer Außenseiter, immer schon als kleines Kind im Grunde. Aber war auch immer so sehr in mich gekehrt, habe zu Hause viel gelesen, hatte nie viele Freunde oder so. Also dieses Selbstbewusstsein ist tatsächlich, und das wurde dann auch nochmal nach dem Ende der Mittelstufe, wurde es komplett zerstört. Und ich hatte einen kompletten Burnout und lag im Krankenhaus für eine Weile, habe drei Monate Schule verpasst. Dann waren noch die Sommerferien. Und dann habe ich wirklich in einem sehr, sehr schwachen Zustand in der 11. Klasse wieder von Grund auf angefangen. Und da habe ich einfach in dieser Zeit gelernt, du hast jetzt alles verloren im Grunde, obwohl du dir jahrelang so viel mit deinen ganzen Wettbewerben und guten Noten aufgebaut hast. Jetzt musst du von neu anfangen, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren. Jetzt kannst du auch endlich mal für dich stehen und für das, woran du glaubst. Und du hast jetzt wirklich gelernt, das Wichtigste ist, dass du deine Freunde, deine engsten Freunde und deine Familie behältst. Und das hat mich mit meiner Mutter zum Beispiel sehr eng zusammengeschweißt. Und die Gesundheit. Und jetzt musst du an deiner Gesundheit arbeiten, dass du wieder gesund wirst. Und das war auch ein harter Prozess in der Oberstufe dann. Aber ich habe einfach für mich so gedacht, jetzt ist es egal, jetzt steh doch einfach zu dir selbst. Und diese ganzen unwichtigen Dinge, was irgendwelche Leute von dir erhalten, wie du aussiehst, wie du dich verhältst, was für Noten du schreibst oder so. Wenn du Spaß daran hast, gute Noten zu schreiben, wenn du Spaß daran hast, irgendwelche wissenschaftlichen Themen zu bearbeiten und Bücher zu lesen oder so, dann sei doch stolz darauf. Und ich war auch stolz darauf. Also du bist sozusagen durch eine Krise? Ich bin durch viele Krisen gegangen in den letzten Jahren, ja. Hast du zu dir selbst gefunden? Könnte man das so sagen? Ja. Ich bin durch viele harte Krisen in den letzten Jahren gegangen. Auch während der Zeit, als ich im öffentlichen Rampenlicht stand. Man kann immer noch die Videos bei mir sehen und die Interviews, dass ich unglaublich untergewichtig war. Und mit extrem gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Teilweise auch private Probleme, weil auch viele Konflikte dadurch immer wieder zustande gekommen sind. Es ist nicht einfach, selber krank zu sein. Es ist auch hart, eine kranke Person im Haus zu haben. Deswegen ist es eine große Belastung für alle, die involviert sind. Für die ganze Familie, für Freunde, für einen selbst. Und während all dessen habe ich eben hart weitergearbeitet, weil ich einfach gesehen habe, jetzt habe ich gerade die Chance. Jetzt habe ich diese Bühne auf der Welt. Jetzt kriege ich diese ganzen Medienauftritte und ich werde das jetzt weiter durchziehen. Es war ein, wahrscheinlich das größte Risiko meines Lebens, dass ich in die USA gereist bin. In dem Zustand. Aber es hat sich vollkommen gelohnt für mich. Da war ich ja dann auch bei Fox News und bei Blaze TV und bei verschiedenen anderen Interviews und habe die Rede gehalten und so. Und das hat mich so erfüllt, das hat mich so glücklich gemacht. Gleichzeitig war ich am Ende des Tages komplett kaputt. Jedes Mal bin ich ins Bett gefallen und es war trotzdem die aufregendste Erfahrung meines Lebens wahrscheinlich. Und eine Woche später lag ich im Krankenhaus und hätte es fast nicht überlebt. Und danach war dann eben ein langer, langer Genesungsprozess noch. Aber wie gesagt, das hat mich im Grunde, das hat mich mental, das hat mich eisenhart gemacht. Ja, dadurch bin ich deutlich stärker geworden. Beeindruckend. Jetzt ist ein zweites Thema, mit dem du ja auf die Bühne gekommen bist. Deine Abhandlung zum Thema PCR-Test. Ja, wir haben einmal dieses Dogma CO2, menschengemachter Klimawandel und die ganze Narrative, wir müssen jetzt Elektroautos fahren und, ach was weiß ich, die ganze Wirtschaft soll jetzt auf grün umgebaut werden. Und dann haben wir diese andere Geschichte jetzt aktuell, PCR-Test, Corona, Covid-19 und Lockdown und Einschränkungen der persönlichen Freiheit und so weiter. Ich will dich vielleicht bitten, deine Sicht, vielleicht komprimiert, weil das lange kann man ja nochmal woanders danach schauen bei dir, zu diesen zwei Themen darzustellen. CO2 und Klimawandel, menschengemachter Klimawandel und PCR und dann diese ganze Corona-Geschichte. Ja, da gibt es eine Menge Parallelen zwischen dem CO2-Thema und dem Corona-Thema. Und deswegen habe ich mich überhaupt dann erst so mit dem Corona-Thema befasst. Weil ich muss ehrlich sagen, als ich im Krankenhaus war, das war ganz am Anfang des Lockdowns, des ersten Lockdowns. Und da durfte ich nur einmal pro Tag besucht werden und für mich war das auch verdammt hart. Und ich hatte furchtbare Angst, dass ich dieses Virus kriege, weil ich wusste, mehr Risikogruppe als ich geht nicht. Intensivstation. Wenn ich das kriege, dann war es das. Und deswegen war das auch überhaupt keine Trotzreaktion oder so, dass ich dann mich gegen diese ganze Corona-Welle gestellt habe. Sondern selbst auf meinem eigenen Kanal findet man Videos, in denen ich gesagt habe, hey, bitte passt auf, tragt eure Masken, distanziert euch von vor allem den Menschen in der Risikogruppe. Und das hat sich wirklich erst danach entwickelt, dass dann Freunde um mich herum, Leute, die ich kannte, zum Beispiel Oliver Jarnich eben, der hat sehr viel darüber gepostet, er hat sich sehr kritisch dazu geäußert. Und ich habe erst gedacht, das kann nicht sein. Also es ist doch so offensichtlich, dass wir mitten in dieser Pandemie stecken. Das kann nicht sein. Und ich selber habe so mit meiner eigenen Panik gekämpft. Und das war für mich der springende Punkt, dass ich dachte, du hast dich von Panik beeinflussen lassen. Und genau das ist es, wogegen du die ganze Zeit angekämpft hast beim Klimawandelthema. Ursprünglich war ich doch selbst der Meinung, alles, was mit Klimaleugnerei zu tun hat, ist eine Verschwörungstheorie. Und erst als ich mich wissenschaftlich reingelesen habe, habe ich mit der Zeit festgestellt, Naomi, du brauchst einen rationalen Kopf und du musst das Thema genauso rational angehen wie alle anderen Themen. Selbst wenn angeblich 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, Klimawandel ist real, dazu komme ich gleich. Trotzdem musst du dich jetzt individuell damit befassen. Und wenn du dann zu dem gleichen Ergebnis kommst wie der ganze Mainstream, ist ja auch in Ordnung. Einmal sind es 99 Prozent oder meistens sind es 97 Prozent der Wissenschaftler. Das ist eine Studie, die Tom Cook-Studie, in der wurden eben ganz viele Wissenschaftler befragt zu dem Klimawandelthema. Hängt das mit dem IPBC zusammen? Ja, nein, das jetzt direkt nicht, diese Studie nicht. Da wurden ganz viele Wissenschaftler befragt, ob sie an den Klimawandel glauben. Aber diese Frage ist viel differenzierter gestellt worden. Weil natürlich, jeder, den man fragt, gibt es den Klimawandel? Ja, das Klima ändert sich seit Milliarden von Jahren immer wieder. Aber ist das ein natürlicher oder ein menschengemachter Klimawandel? So, und diese Frage, wie gesagt, die wurde dann da aufgesplittet. Da war dann erst mal die Frage, gibt es den Klimawandel? Glauben Sie an den Klimawandel? Dann glauben Sie, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt? Dann die nächste Frage, glauben Sie, dass dieser menschengemachte Klimawandel ja wirklich einen großen Einfluss hat? Und dann, ob das wirklich katastrophal ist? Ja, und wie viele haben von diesen ganzen Wissenschaftlern da wirklich letztendlich gesagt, dass es katastrophal ist? 0,3 Prozent. Achso, mit der ersten Frage waren es noch 97. Genau, 97 Prozent sagen, dass der Klimawandel real ist. Und das sage ich auch. Das stimmt. Das wissen wir seit der letzten Eiszeit. Ja, und wenn da jemand Beweise zu haben will, dass das wirklich mit dieser Studie so passiert ist, dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Da habe ich eine Klimawandelserie gemeinsam mit Monken gemacht. Also du leugnest den Klimawandel nicht. Nee, natürlich nicht. Aber das ist auch die falsche Frage. Ich weiß, das ist die falsche Frage. Weil ich habe den Eindruck, dass das Klima sich 365 Mal im Jahr wandelt. Ja, ich glaube auch. Okay. Nein, den gibt es schon. Dann die Frage ist, was sind die Ursachen für langfristige Verschiebungen? Ja. Hast du da Antworten für dich gefunden? Ja, natürlich. Und da gibt es dann eben jetzt die CO2-Propaganda. CO2 ist das furchtbare Gift. So, CO2 ist kein Gift, sondern CO2 ist ein Treibhausgas. Gut, das wissen wir auch. Und wir verstehen auch ungefähr, was so ein Treibhausgaseffekt ist. Das hat man wahrscheinlich in der Schule mal so gelernt. Und da wird jetzt gesagt, der ist ganz schlimm. So, der Treibhausgaseffekt ist stimmt, dass im Laborexperiment das Ausstoßen von CO2 zu einer Erwärmung führt. Aber die Frage ist, wie viel? Aber erst, wenn man Licht drauf strahlt. Genau, ja. Und da gibt es dann eben tatsächlich so, da gibt es dann Daten auch zu, dass pro Verdopplung der Konzentration von CO2 gibt es eine Erwärmung von 1,5 Grad. Das ist im Laborexperiment so, das ist so definiert. Aber es ist natürlich die Frage, wie ist dann dieser Treibhausgaseffekt tatsächlich in der Atmosphäre? Jetzt wird es interessant und jetzt kommen wir zum IPCC. Das IPCC sagt nämlich, also das sind die, die die ganzen Klimamodelle erstellt haben, die ganzen Computermodelle. Und das ist das Witzige. Die arbeiten nämlich ausschließlich mit ihren ganzen Modellen, wo die selber ihre variablen Faktoren einspeisen und sich selber aussuchen, wie sie wollen, damit dieser Treibhausgaseffekt besonders schlimm wirkt. Weil der natürliche Treibhausgaseffekt, wie ich ihn gerade erklärt habe, mit diesen 1,5 Grad pro Verdopplung von CO2, das fänden die gar nicht schlimm. Das ist ziemlich harmlos. Erst recht, wenn wir beachten, wie wenig CO2 wir eigentlich menschengemacht ausstoßen im Vergleich zu den anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre. Der Großteil, über 60 Prozent, ist Wasserdampf. Das ist das Haupttreibhausgas. Und dann nur 3 Prozent von dem ausgestoßenen CO2 ist überhaupt menschengemacht. Also das ist schon mal die eine Sache. Aber jetzt zu diesen Klimamodellen. Die sagen dann, es gibt aber Multiplikatoren und die nennen sich dann Positive Feedback Effects. Also Effekte, die dazu führen, dass der Treibhausgas in der Atmosphäre noch stärker ist. Sodass wir statt 1,5 Grad Erwärmung pro Verdopplung von CO2-Konzentration 4,5 Grad haben. Das nennt sich dann die Klimasensitivität. Je klimasensitiver der Wert ist oder je höher dieser Klimasensitivitätswert ist, desto stärker ist der Treibhausgaseffekt. Aber der wird nicht berechnet anhand von Daten oder von Messungen, sondern allein durch diese Klimamodelle. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Bericht gesehen, und zwar über so eine Forschungsstation auf dem Südpol, wo die schon, was weiß ich, wie viele Jahre da messen. Und im Moment können die gar nichts messen. Und sie sagt, wir brauchen längere, 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 längere Laufzeiten. Ja. Okay, das Klima ändert sich. Es ändert sich immer. Die Frage ist, ist es menschengemacht? Genau. Und da muss man dann eben dann letztendlich beachten, okay, die Messungen, die bereits gemacht worden sind. Wir haben jetzt schon, das IPCC behauptet jetzt schon seit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so, dass sie da mit ihren Klimamodellen Werte errechnen können, wie hoch die Klimasensitivität ist. Und dann über die letzten, ich glaube, 30 Jahre ungefähr, da kann man jetzt auch Daten finden. Da kann man natürlich jetzt sehen, das waren damals deren Vorhersagen. Und so hat sich das Klima wirklich entwickelt. Und wie hat sich das Klima wirklich entwickelt? So wie das Laborexperiment es zeigen würde. So könnte man, wenn man das jetzt zurückrechnet, den Effekt, so könnte man die Klimasensitivität definieren mit den 1,5 Grad Erwärmung, die wir jetzt hatten. Die haben gesagt, es würde eine Erwärmung von 4,5 Grad geben. Ach so, also wurde da wohl ein Fehler in den Klimamodellen gemacht. Gut, dann kann man ja jetzt als ehrlicher Wissenschaftler die Klimamodelle anpassen. Und die Faktoren austauschen, neue Faktoren reinrechnen. Zum Beispiel, hatte ich ja schon erwähnt, was ist mit der Sonne? Die wurde erst 2020 erkannt, dass das ja eventuell auch ein Faktor sein könnte, den man reinrechnet. Und wie gesagt, dazu kommen noch ganz viele Meeresströmungen. Da gibt es auch bestimmte dekadische, also innerhalb eines Jahrzehnts gibt es viele Oszillationen, sodass auch das zu Klimaveränderungen führt. Und auch Vulkanausstöße sind auch ein riesiger Faktor. Zum Beispiel der Professor Richard Linsen hat dazu sehr gute Arbeit betrieben. Diese ganzen Faktoren, die könnte man jetzt mit reinrechnen, machen die aber nicht. Die behalten ihre alten Modelle bei. Ich habe nur gehört, vielleicht kannst du das bestätigen, dass die Umlaufbahn der Erde zur Sonne, die ist mal näher und mal weiter weg. Die Sonnenintensität selbst schwankt auch, mal stärker, mal schwächer. Und der Einfluss muss milliardenmal größer sein als der menschliche Einfluss auf die Erderwärmung. Und dass der Ozean, wenn er dann quasi durch diese Sonneneinstrahlung langsam warm wird, Gase freisetzt, weil selber das Wasser, je wärmer es ist, weniger Gase in sich speichern kann. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Bist du deswegen ein Umweltsünder? Kein bisschen. Lustigerweise ist, ich lebe einen ziemlich öko-freundlichen Lebensstil. Ich fahre überall nur mit dem Fahrrad hin. Ich benutze noch nicht mal Busse oder so, weil ich mag einfach Fahrradfahren. Ich reise so gut wie nie. Das letzte Mal war in die USA, was beruflich war. Ansonsten, ich war sogar mal eine Zeit lang vegan. Und aus rein gesundheitlichen Gründen nicht mehr ethisch. Und stehe ich da voll hinter, dass man sich möglichst tierarm ernährt oder zumindest so, dass es aus einer guten Herkunft kommt. Also ich würde heutzutage niemals mehr irgendwie aus einer Massentierhaltung mir irgendwelches Fleisch holen, weil ich das einfach nicht vertreten kann. Und auch das deutlich schädlicher ist für die Umwelt. Aber eben nicht aus CO2-Gründen. Das finde ich, das lenkt so stark von den wirklichen Umweltproblemen ab. Natürlich bin ich auch der Meinung, schmeißt nicht einfach euren Müll durch in die Gegend. Aber das hat alles für mich nichts mit CO2 zu tun. Respekt der Umwelt gegenüber zu zeigen, ist keine Klimafrage. Ich frage deswegen, weil das ist ja die Einheitsschublade, wo alles reingepackt wird. Also ich sage jetzt mal Fleischkonsum und die Plastiktüten im Ozean und noch das Glyphosat und dann noch das CO2 und so weiter. Es wird ja alles in eine Schublade gepackt. Du sortierst die Schublade auseinander und sagst, Teile davon unterstütze ich, da bin ich ganz bei euch, aber eben dieses CO2-Thema nicht. Genau diese Differenzierung ist heutzutage nicht mehr gewollt, sondern immer nur dieses Schwarz-Weiß-Denken. Okay. Wo ist die Parallele zum PCR und Corona? Genau, einmal wie gesagt, dass eben mit Panik regiert wird. Und deswegen habe ich dann auch diese Leidenschaft dafür entwickelt, dass ich besonders jüngere Menschen diese Panik nehme und sie eben dazu ermutige, schaut euch doch mal die Wissenschaft dazu an oder ich werde euch das so gut wie möglich erklären, so einfach wie möglich. Weil ihr müsst keine Angst davor haben, dass euer Leben ruiniert ist, dass der Planeten in ein paar Jahren zerstört ist. Ihr müsst eure Eltern und eure Großeltern nicht dafür hassen, dass sie euch die Zukunft ruiniert haben. Das ist traurig. Das spaltet ganze Familien. Und ich verstehe auch, dass viele von diesen Kindern, Jugendlichen, die suchen darin auch irgendwie einen Lebenssinn in diesem Aktivismus. Aber es ist so ein antihumanistischer Aktivismus, so etwas Trauriges, dass man sich für das Klima einsetzt. Was ist das Klima? Das ist komplett abstrakt. Warum setzt ihr euch nicht für die Menschen ein und für wirklich das Wohlergehen des Menschen? Und dafür, dass wir weiter Fortschritte machen in der Wirtschaft, in der Technologie, in der Wissenschaft. Und all das wird unterdrückt durch die ganzen Klimaregelungen, diese ganzen Restriktionen. Und dasselbe wird jetzt gemacht bei der Corona-Pandemie. Wir werden mit Angst regiert. Ihr müsst eure Masken tragen. Ihr dürft nichts hinterfragen, wenn ihr irgendwas postet, was irgendwie gegen Impfungen, gegen die World Health Organization sprechen könnte. Obwohl die sich selbst sich mal widerlegt hat. Ja, diese Menschen, die uns regieren oder die ihre Propaganda dazu verbreiten, die sind doch selber ständig im Widerspruch mit sich selbst. Aber wir dürfen sie nicht hinterfragen. Und das ist gefährlich. Ein Langzeitgedächtnis ist schädlich, ne? Ja, und diese Zensur ist wirklich gefährlich. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich mich auch damit dann auseinandersetze. Und so habe ich dann meine Wissenschaftler-Kollegen quasi entdeckt. Also angefangen hatte, dass er mit dem Oliver Jahnig, der viel dazu gepostet hatte. Und da sind dann auch zig Leute, die dann sagen, Oliver Jahnig ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist der Mr. Aluhut schlechthin. Aber er hatte da eben wissenschaftliche Quellen. Und ich muss auch wirklich sagen, bei allem, was er recherchiert, alles, was er rausbringt, so alles, checkt er dreimal mindestens. Oder spricht es vorher teilweise mit mir ab, ob ich das auch so vertreten kann und denke, dass es plausibel ist. Deswegen, er gibt auch immer ein Disclaimer, wenn er irgendwas postet, was ihm als Verschwörungstheorie unterstellt werden könnte. Sagt auch immer dazu, ich kann das jetzt gerade nicht verifizieren. Seht es euch an, macht euch euer eigenes Bild davon. Und dann ist der Corona-Faktenkanal auf Telegram entstanden, den er dann auch eben viel unterstützt hat, sodass er größer geworden ist. Und der Samuel Eckert ist auch eine große Person so in Deutschland, der eine ganze Corona-Aufklärungstour gemacht hat. Und jetzt auch eben einer meiner besten Freunde ist. Und wir haben inzwischen, wir alle Corona-Kollegen, haben so unsere eigene Gruppe auf Telegram, wo wir eben permanent uns über die Wissenschaft austauschen, über die aktuellen Erkenntnisse. Wir posten dann neue Artikel, zum Beispiel zur Mutation oder so da rein und besprechen dann, sollen wir darüber ein Video machen, sollen wir darüber einen Artikel rausbringen oder so, um das zu widerlegen. Und das ist so schön, da eine Community gefunden zu haben. Dieser Corona-Faktenkanal hat, für mich ist das meine wissenschaftliche Bibel inzwischen. Da ist ein ganzer Post, wo alle wichtigsten Artikel von dem, das ist eine anonyme Person, der diese ganzen Artikel verfasst hat für Corona-Fakten und mit uns da gemeinsam arbeitet. Und in Zusammenarbeit mit Dr. Stefan Lanker und genau, und mit diesen Personen bin ich eben permanent in Kontakt. Und das ist alles belegt mit zig Quellen, da sind also wirklich alle Studien drin verlinkt. Und der hat eben auch dieses wirkliche Talent, genau darauf aufmerksam zu machen, wo in der Studie du das erkennst, was gerade wichtig ist. Weil Studien zu lesen kann auch nicht, das ist auch nicht für jedermann. Ja, okay. Also, du hast dein Netzwerk geschaffen. Ja. Schöne Grüße an den Samuel Eckert. Lieber Samuel, wir kennen uns aus der Bustour, die wurde uns wegzensiert. Leider. Aber gerne wieder. Und lieber Olli, für deine Aufklärungsarbeit auch alles, alles Gute. Solltest du mal wieder in Deutschland weilen, ruf mich an, ruf den Thomas an, schick uns eine E-Mail. Wir hätten auch gerne ein Interview mit dir. Solange nehme ich mit deiner hübschen deutschen Außenstelle natürlich die Gelegenheit in Anspruch. Eure gemeinsame Arbeit, wenn ich das jetzt hier so richtig darstelle, zumindest erspüren. Schaut beim Olli rein, schaut beim Samuel rein, schaut bitte bei der Naomi rein. Schaut bei uns rein und vergesst nicht zu abonnieren, ihr dürft auch spenden. Okay. Das war jetzt der Werbeblock. Ja. Es wird mit Angst gemacht. Was steckt dahinter? Was wollen die damit bezwecken? Ein Kontrollzwang. Man kann Menschen beherrschen, indem man ihnen einmal ständig dieser Panik aussetzt. Denn wenn du jemandem sagst, dein Haus brennt und jemand anders kommt jetzt auf dich zu und sagt dir, halt, 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 du musst jetzt nicht deine ganzen Sachen packen und wegrennen, sondern das ist alles nur eine Computersimulation, das Haus brennt gar nicht. Dann ist dir das egal in dem Moment. Du sagst, Verschwörungstheoretiker, ich werde wegrennen, ich will nicht verbrennen. Wenn die Regierung als Autoritätsperson sich immer so erhebt und dann auch noch bestimmte Ärzte zu Experten deklariert, ob die wirklich Ahnung haben, das kann man ja als der Laie auch nicht wirklich identifizieren. Da ist jemand, der hat seinen Doktortitel und dann vertraue ich dem natürlich. Ich gucke in die Medien und das sieht doch alles so professionell aus, in deren Fernsehstudio und so, den vertraue ich. Der WHO-Chef ist doch Doktor der Philosophie, ne? Ja, und World Health Organization ist sowieso ein Thema, aber das dürfen wir nicht ansprechen. Auf YouTube darf man sie nicht, auf YouTube darf man sie nicht kritisieren. Nein, 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 ich stelle ja bloß fest, ich habe gar nicht kritisiert. Ne, ist auch keine Kritik, natürlich. Alles gut. Ja, aber das ist jedenfalls, es wird einmal mit Panik regiert und dann gleichzeitig werden eben Hoffnungsschimmer gestreut, die aber sehr irreleinend sind. Zum Beispiel wird dann eben gesagt, wenn ihr die Masken tragt, so könnt ihr euch einander unterstützen. Wir schaffen das alle gemeinsam und so. Das ist aber sehr heuchlerisch, weil in Wirklichkeit werden dann diese Zwangsmaßnahmen, werden damit einem nur zugeschoben und es wird eben ein Anreiz dafür geschaffen, sie eben umzusetzen. Das ist keine Hoffnung. Dieses Ganze, wir schaffen das und wir sind alle gemeinsam in diesem Problem. Nein, ihr helft damit nicht wirklich den Menschen, die gerade ihre Existenz verlieren, weil sie Suizid begehen im schlimmsten Fall. Es gab gerade erst in Las Vegas, müssen sie die Schulen jetzt wieder öffnen, weil die Suizidzahlen von Schülern zu sehr angestiegen sind. Das ist so traurig, sich vorzustellen, dass die wirklich denken, wenn sie jetzt die Schulen öffnen, dann retten sie die ganzen Kinder. Nein, das ist eine verzweifelte Notlösung gerade. Aber den ganzen Schülern, den ganzen Kindern wird die Hoffnung genommen auf ein perspektivreiches Leben. Jahrelang haben sich die Schüler wahrscheinlich Überlegungen gemacht dazu, wie sie später ihre Zukunft ausleben wollen, welchen Job sie haben wollen und wie sie mit der Welt interagieren wollen. Das alles wird jetzt zunichte gemacht. Wir sehen doch überhaupt nicht mehr, wie das neue Normal aussehen soll. Was ist dieser Great Reset? Ist das ein Leben in kompletten Sozialismus, wo alle einfach nur vor sich hinarbeiten, dass sie irgendwie über die Runden kommen, aber alle sind gleich und gibt es überhaupt nicht mehr die Motivation für mehr? Das ist so schade. Und dagegen möchte ich eben mich einsetzen. Hast du Angst vor dem Klimawandel? Ich habe nicht Angst vor dem Klimawandel, ich habe Angst vor den Auswirkungen, der dieser Panikmache. Hast du Angst vor einer Corona-Infektion? Ebenfalls nicht. Und ich finde es so traurig, wenn ich sehe, dass Menschen Angst haben, einander zu umarmen oder einander auch nur die Hand zu geben. Wirst du dich impfen lassen? Nein. Ist das dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt ist, ich möchte diese ganze Aufklärung, die wir jetzt gerade im deutschen Raum betreiben, zum Corona-Thema. Das ist, ich habe festgestellt, das ist wirklich so ein Nischenthema. Die ganze Virologie muss man von Grund auf sezieren und auseinandernehmen, die ganze Geschichte der Virologie. Es geht weit zurück, das ist nicht nur Corona, sondern wir hatten das schon mit der Schweinegrippe, wir hatten das sogar schon mit HIV. Wir müssen verstehen, wieso diese Tests nicht funktionieren, wieso die vollkommen willkürlich sind. Wir müssen verstehen, das Virus wurde niemals isoliert. Warum nicht? Warum gehen die Wissenschaftler, warum geht Professor Drosten nicht auf unsere Herausforderungen in ihn ein? Wir haben ihm eine Wette gestellt, einen riesigen Geldpool quasi geschaffen, wo die Leute spenden rein können und wo hunderte, tausende Euros drin sind. Wenn er diese Wette mit uns eingeht und Kontrollexperimente mit uns durchführt, die bislang immer in der Virologie gefehlt haben und das Virus isoliert wird, wenn er gewinnt, dann kriegt er das ganze Geld, es wurde alles abgelehnt. Warum? Warum lassen sich diese Leute nicht auf Diskussionen, auf Debatten, auf Experimente mit uns ein? Aber ihr wollt das ganze Ding ja auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Ganz genau. Und der Herr Dr. Lanker hat ja eine sehr interessante Sicht auf diese Dinge, die wollen wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht erläutern. Aber das hat auch meinen Horizont dort nochmal deutlich erweitert und da muss ich aber noch ein bisschen hinschauen in die Ecke. Da gibt es so viel zu lernen, definitiv. Jetzt läuft das alles und es läuft und es gibt ja sowohl bei den Klimaanhängern, als auch bei diesen Menschen, die sich in Panik versetzen lassen durch Corona und so weiter. Da gibt es ja auch Ängste. Bei dem Klimawandel, das sind ja diese Fridays for Futures. Hast du Kontakt mit Menschen von Fridays for Future? Könnt ihr kommunizieren? Sind die alle völlig übergeschnappt oder haben die falsche Informationen oder hast du irgendwas falsch verstanden? Wie gesagt, ich habe auch Freunde, die eher links sind, nicht direkt, die jetzt welche, also bei Fridays for Futures mitmachen, aber die eng auch befreundet sind mit Leuten, die da eben mitmachen. Und ja, viele von denen sind eben wirklich, wurden mit Panik regiert, sind deswegen, ja, machen sie deswegen dort mit und sehen mich deswegen als die böse Anti-Greta-Figur. Aber wenn sie mich so kennenlernen, ohne dieses Ganze, ohne mein Symbol, ohne meine Maske als Anti-Greta, Also ohne diesen Stempel, der dir verpasst wurde, ja? Genau, wenn sie mich kennenlernen, ohne dass sie wissen, wer ich in den Medien bin, sondern mich als Mensch kennenlernen, dann komme ich sehr gut mit allen Menschen klar im Grunde. Ich war schon mit Leuten von den Linken und mit Leuten von den Grünen, ich komme sehr gut mit den Menschen klar. Ich war lange Zeit hier zum Beispiel im Fitnessstudio, jetzt gerade ist es natürlich geschlossen, konnte mich mit allen Leuten unterhalten. Da waren Menschen, die, also da waren zum Beispiel Leute, die studiert haben gerade und die wirklich in ihrer Bachelorarbeit über das Klimawandel-Thema geschrieben haben. Ich habe mit denen diskutiert, also wirklich auf eine zivile Art und die fanden das super interessant. Das kann man erreichen, aber eben nur, wenn nicht Zensur geschieht und wenn eben nicht dieses Bashing, dieses durch den Dreck ziehen in den Medien als Verunglimpfung, als alle möglichen furchtbaren Dinge. Wenn das nicht wäre, wenn diese ganzen Filter weg wären, sondern man einfach Mensch zu Mensch sich miteinander unterhalten würde, individualistisch, dann wäre das Ganze viel einfacher. Und wenn du dich jetzt in so einen Demo-Teilnehmer bei den Fridays for Futures mal versuchst hinein zu versetzen, welche Informationen haben die, welche haben die nicht? Werden die dafür bezahlt? Was lernen die in der Schule über diese Themen? Die wissen kaum etwas darüber. Ich war schon bei solchen Demos und Greenpeace-Demos und habe die Leute gefragt. Also ich habe mich dann da quasi ausgegeben als Schülerin, die da einfach so ein vielseitiges Projekt mit allen Seiten beleuchtender machen wollte. Habe die dazu befragt und die einzigen Argumente, die ich bekommen habe, ja, aber 97 Prozent der Wissenschaftler stimmen doch zu. Und ja, ich kenne mich jetzt nicht so mit der Wissenschaft aus, ich bin mehr so der Aktivist dafür. Ach so, das hört sich aus. Sie behaupten von sich selber, ich bin einfach nur das Werkzeug. Aber wir müssen auf die Wissenschaftler hören. Das sagt doch jeder Minister in Deutschland auch. Ganz genau. Und das sagt ja auch immer die Greta, listen to the experts. Aber wer sind die Experten? Okay. Also du schaust einfach nochmal tiefer, nochmal genauer hin, ja, so und lässt dich vor diesen Koryphäen oder diesen vermeintlichen Koryphäen nicht beeindrucken. Autoritätsargumente funktionieren nicht. Jeder sollte selber seine Recherche betreiben. Es ist ja auch in Ordnung, weil man nicht Ahnung von allem hat. Aber man betreibt keinen Aktivismus. Das ist eben das, was ich als gefährlich sehe. Das finde ich spannend. Was sagst du zu unserer Bildungslandschaft? Ja, also wie gesagt, ich war selber, war da sehr unzufrieden mit in der Schule, weil eben alles so, ja, gleichgestellt ist, gleichgemacht ist. Und es gibt da wenig Förderungsmöglichkeiten für Individuelle, die vielleicht weiter sind im Unterricht. Was ja auch in Ordnung ist, weil man kann ja nicht jeden da, ja, individuell super fördern. Aber ich musste mir dann meine eigenen Wege suchen. Ich musste meine eigenen Präsentationen halten. Ich musste meine eigenen Wettbewerbe machen. Aber wenn das jetzt auch immer weiter unterdrückt wird, weil einfach auch immer weniger Zeit dafür ist. Also inzwischen, die Schüler gehen da neun, zehn Stunden zur Schule. Wie sollen sie da noch individuell irgendwas machen? Also viele haben gar keine Zeit mehr für Sport oder Musik nebenbei. Aber sollen dann in der Schule irgendwie Kunstunterricht machen, obwohl Kunst ihnen noch nie irgendwie lag. Also dieser ganze vorgeschriebene Lehrplan, das finde ich, ist ein großes Problem. Und deswegen, ich war eben viel Zeit krank, vor allem in der Oberstufe. Und dann war es auch teilweise so, ich hatte dann einfach nicht die Energie, da noch in die wirklich, ich sage mal, sinnloseren Stunden hinzugehen. Na gut, aber ich habe aufgepasst. Du hast trotzdem scheinbar zwei Schuljahre übersprungen, ne? Ich habe ein Schuljahr übersprungen und bin früh eingeschult worden. Also ja, genau. Weil ich eben so schnell wie möglich damit durchkommen wollte. Ja. Und das war auch meine Motivation, dafür gute Noten zu schreiben. Es hat mir dann auch irgendwie Spaß gemacht, wenn ich mir wirklich viel Mühe gegeben habe bei einer Analyse im Deutsch- oder Englischunterricht oder sowas. Es hat mir dann auch Spaß gemacht. Das ist dann auch irgendwie so eine Knobel-Problemlösungsaufgabe, aber eben mehr dieses Schriftliche. Aber diese ganzen langwierigen Diskussionen, wenn die wirklich nur so einseitig sind, damit konnte ich mich nicht identifizieren. Und ich habe dann immer selber dafür gesorgt, dass ich dann auch teilweise dann da Debatten geführt habe im Unterricht. Aber das fanden dann andere Schüler doof und haben dann gesagt, Naomi, können wir nicht einfach den normalen Unterricht machen? Ja. Okay. Wie blickst du heute auf die Mainstream-Medien? Das ist, ich finde es eine extrem traurige Landschaft. Ich wünschte, wir hätten gute Mainstream-Medien. Und die wären auch deutlich besser, wenn wir den Wettbewerb hätten zwischen den Alternativen und den Mainstream-Medien. Weil dann hätten sie eben Konkurrenten, gegen die sie ankommen müssten. Und dann müssten sie selber gucken, dass sie die Wahrheit wirklich rausbringen. Und dann gäbe es nicht diese ganze Propaganda, sondern dann würden die Leute erkennen, dann würden die Leute eben durchblicken, das ist nicht das, was ich wirklich auf den Teller serviert bekommen will. Aber da ist diese ganze Konkurrenz, es gibt sie, aber sie wird so stark zensiert und unterdrückt. Und sie darf nicht laut genug sein. Dadurch sehen die Leute keine Alternative und denken sich, oder zumindest die, die einfach nur abends den Fernseher einschalten, und denken sich, das sieht doch super seriös aus. Da geben wir unser Geld hin. Gezwungen. Ja, GZ. Insofern ist auch das, das sind alles keine Qualitätsmerkmale. Die ganzen Qualitätsstandards sind rein künstlich oder erzwungen. Du hattest eingangs auch schon gesagt, mit den Parteien stehst du auch so ein bisschen auf Kriegsluß. Wie siehst du unser Parteien-System? Das funktioniert auch nicht. Aber das ist einfach, ganz ehrlich, ich muss sagen, alles, was mit Parteien-Systemen zu tun hat, das ist reine Ablenkung. Wahlen und so, das ist alles innerhalb dieses Systems. Und damit versuchen wir uns nur irgendwie über Wasser zu halten, dass wir noch irgendwelche Oppositionsdebatten oder so haben können. Aber das führt alles von den Kernthemen vorbei. Weil wir uns dann denken, wir haben doch hier unsere Repräsentanten, ich muss mich nicht mehr mit den Themen auseinandersetzen. Und das, finde ich, ist bei allen Parteien ein Problem. Einfach dieses ganze System, da können doch nicht mal die Parteien was für, sondern das ist einfach das System, das Leuten weiß gemacht wird, sie müssen sich nicht mehr selber mit Themen auseinandersetzen. Sie müssen keine Verantwortung mehr für ihre Zukunft, für ihre Gegenwart übernehmen. Aber dadurch machen sie sich doch viel anfälliger, dafür manipuliert zu werden. Weil die Leute, die sie wählen, natürlich wollen die Macht haben. Daran führt kein Weg dran vorbei. Natürlich wollen die die Stimmen haben. Das ist deren Job. Das ist also, ja, das System ist dadurch scheitert es in sich selbst. Vielleicht noch ein paar Fragen an den Menschen, Naomi. Naomi, was hast du sonst außer deinen Recherchen und deinen Auftritten und deinem YouTube-Kanal, den du verfolgst? Hast du irgendwelche Hobbys, hast du irgendwelche Interessen, die du sonst noch verfolgst? Ich hatte mein Leben lang immer alles an Interessen und ich kann mich für jedes Thema begeistern, wenn man es mir irgendwie schmackhaft macht. Und dann kann ich mich auch obsessiv da reinlesen. Aber gerade ist das wirklich mein großes Hobby. Das ist meine Leidenschaft. Und ich finde, das ist auch nichts, wofür ich mich irgendwie schämen müsste oder so, dass das meine Leidenschaft ist. Weil es ist doch, ist es nicht das Beste überhaupt, sagen zu können, meine große Leidenschaft ist genau das, was ich beruflich ausübe. Ja, eigentlich ja. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Ich habe in meinem Leben lang, ich habe auch Klavier gespielt oder immer noch und Geige gespielt habe ich als Kind auch. Ich habe viel gemalt, gezeichnet, geschrieben. Also einfach diese ganzen Dinge, Schreiben, Wissenschaft, das konnte ich jetzt so super vereinbaren in dem, was ich jetzt gerade mache. Ich habe verschiedenste Social-Media-Plattformen, auf denen ich mich kreativ betätigen kann, weil ich mir auch irgendwie das Design überlegen muss. Und dann das Public Speaking habe ich zum Beispiel in meinen Livestreams oder in meinen Videos. Und dann Posts zu verfassen, Artikel zu schreiben. Ich kriege zig Anfragen, kannst du für uns einen Artikel schreiben und ich habe jedes Mal Spaß daran oder auch für die Interviews eben. Deswegen, ich kann alle meine größten Leidenschaften in einem großen Ding vereinbaren. Ja, das ist schön. Wie gehst du um mit dem Thema Spannung und Entspannung? Weil ich erlebe ja hier, wie soll ich sagen, wie so einen geistigen Gummiball, der vor mir hüpft und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Ja, das stimmt. Das ist doch wirklich ein schwieriges Thema. Weil ich eben jahrelang immer auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und immer noch teilweise ist das immer so ein schwieriges Hin und Her. Ja, Entspannung bedeutet dann für mich eben eher gesundheitliche Prioritäten setzen und so richtiges Entspannen kann man sich dann, also gibt es einfach dann nicht, wenn man immer irgendwelche Probleme in Anführungsstrichen hat. Aber es ist insofern in Ordnung, weil ich sehe auch die ganzen Vorzüge meines Lebens, die ganzen Privilegien, die ich genießen kann. Dass ich wirklich noch eine Leidenschaft habe und eine Mission für mich sehe, das haben so viele Menschen gerade nicht. Und das hat mich am meisten kaputt gemacht, die Zeit, als ich so meinen Burnout in der Schule hatte, wo ich für mich keine Perspektive mehr gesehen habe. Und ich bin so froh, dass ich da raus bin. Und ich hatte eben auch so eine Zeit, wo ich dachte, ich muss studieren, ich muss mich in das System pressen. Wo es viel Konflikte gab zwischen mir und meiner Mama, obwohl ich sie über alles liebe. Aber natürlich hatte sie die Sorge, dass aus mir nichts wird, wenn ich mich nicht in das System reinpresse. Das ist so schade. Und dass ich das überkommen habe und dass ich jetzt einen Ansatzpunkt für mich in der Welt gefunden habe, das gibt mir so eine mentale Entspannung zumindest. Wie schaut das aus mit deinem Freundeskreis? Ist der groß oder ist der ausgesucht? Ich habe eher einen kleinen, engen Freundeskreis, aber dafür sind das dann auch wirklich so Personen, mit denen ich richtig eng bin. Ich habe eine allerbeste Freundin in Deutschland, die aber eher in Augsburg in der Richtung ist. Mit der bin ich eben nur online in Kontakt, war ich auch lustigerweise immer. Aber es ist eben schwierig für mich, so im Umfeld wirklich Freunde zu finden, weil allein die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der irgendwie mit mir klarkommt und mir teilweise auch ähnlich ist oder so, ist sehr schwierig. Aber ich bin damit zufrieden, weil ich einfach sowieso zeitlich das häufig nicht hinkriege, dann irgendwelche Termine wahrzunehmen, wo man sich mal trifft. Deswegen ist es schwierig, aber ich habe wirklich Freunde, die eben wirklich dann so zu 100 Prozent, zu 200 Prozent hinter mir stehen und das ist eigentlich das Schönste. Ja, ich meine Qualität ist ja durch Quantität nicht zu ersetzen. Du hast gesagt, du spielst oder hast Klavier gespielt und Geige. Welche Musik hörst du gerne? Alles Mögliche. Also ich liebe an klassischer Musik zum Beispiel Rachmaninoff ganz besonders. Das ist so sehr wilde Musik und auch Brahms finde ich toll. Genau, als ich viel Klavier gespielt habe, jetzt bin ich eben ausgezogen eigentlich von meiner Familie, deswegen habe ich jetzt kein Klavier gerade. Aber da habe ich eben sehr viel Rachmaninoff gespielt und andere so eher teilweise dunklere klassische Musik und schnellere klassische Musik. Aber auch, ja, alles an alternativer Musik. Ich fand Birdie eine Weile total gut. Ja, also. Okay. Wie gehst denn du mit den Themen Ablehnung und Zustimmung um? Ja, da kann ich dann auch wieder nur sagen, also wenn mich jemand ablehnt, weil er mich als Person ablehnt und weil er mich schon als Person kennt, ich komme damit klar. Ja, es gibt viele Menschen, ich bin zum Beispiel, ich bin eine eiskalt ehrliche Person und auch in meinen Freundschaften und das weiß auch meine beste Freundin, das wissen alle meine Freunde. Wenn mir etwas nicht gefällt von dem, was sie produzieren, zum Beispiel Kunst oder wenn sie etwas schreiben und Artikel schreiben, Geschichten schreiben oder so, da habe ich einige talentierte Freunde. Und dann sage ich denen auch, wenn mir etwas davon nicht gefällt. Aber dafür lobe ich dann auch wirklich ehrlich, wenn mir etwas sehr gut gefällt. Und dann wissen sie aber auch, dass ich dieses Lob ehrlich meine. Viele sind da eher etwas vorsichtiger und sagen dann nicht eiskalt so die ehrliche Meinung. Aber diese Authentizität, das ist schwer mit jemandem umzugehen, der eben so eiskalt ehrlich ist teilweise. Aber manche schätzen das eben besonders. Deswegen, wenn mich deswegen jemand ablehnt, weil ich eine sehr direkte Person bin, dann ist das in Ordnung, weil das deren Umgangsform mit Menschen ist. Wenn mich jemand ablehnt, wegen der Dinge, die er auf Wikipedia oder in den Medien liest, dann ist das schade. Weil ich würde mich dann sehr gerne mit dieser Person direkt unterhalten. Wenn sie mir nicht einmal die Chance dafür gibt, dann besteht da wenig Chance. Aber wenn mich Menschen eben ablehnen, allein wegen der Dinge, die in den Medien stehen, dann versuche ich wirklich mein Bestes, da irgendeine Verbindung zu schaffen. Und mir sagen ständig die Leute, setz dich nicht mit den Trolls und den Hatern auf Twitter und so auseinander. Aber ich kann nicht. Ich bin dann immer da in den Kommentaren zu Gang und ich schreibe denen dann auch. Und teilweise habe ich denen sogar dann persönliche Nachrichten geschrieben und ihnen gesagt, aber ich wünsche dir das Beste für dein Leben und ich unterstütze die Tatsache, dass du dich als Aktivist betätigst und dass du dir hier meinen Kram sogar ansiehst. Weil ich bin ja auf der Gegenseite. Angenommen, die Reichweite wird immer größer, irgendwann schaffst du es eh nicht mehr. Ich wünsche dir, dass du irgendwann so ein dickes Fell hast, so nach dem Motto, okay. Wie gehst du mit Zustimmung um? Ich habe Zustimmung zum Glück. Hat mich das niemals irgendwie arrogant oder so gemacht, würde ich zumindest von mir behaupten, weil ich einfach meine Community wirklich als so meine Community sehe. Deswegen behalte ich das auch sehr gerne bei, dass ich die Livestreams mache, weil ich da wirklich direkt mit den Leuten reden kann. Und ich habe inzwischen auch viele Follower, die ich wirklich zu meinen Freunden zähle und ich versuche da auch echt den Kontakt aufrecht zu halten, den zu schreiben. Natürlich gibt es dann auch welche, die so richtige Bewunderer sind und das ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich will keine Bewunderer haben. Ich sage auch immer, ich bin für euch bitte, ich will kein Idol sein, gerne eine Inspiration und eine Freundin auf dem Weg. Aber ich werde keine Politikerin sein, ich werde nicht eine Anführerin, weil ich mich gegen diesen ganzen Autoritarismus stelle. Und es haben sich eben dadurch auch viele Freundschaften entwickeln können und auch Leute, mit denen ich jetzt auf einer Augenhöhe sein kann, nicht einfach nur als ihr Idol. Du hast ein Sendungsbewusstsein. Du willst das, was du für dich erkennst, in die Welt tragen. Dem bedienst du dich ja, aber es gibt ja auch Leute, die eine Erkenntnis für sich selbst behalten. Die sagen, okay, das ist meins, darf niemand sehen. Wo kommt dein Sendungsbewusstsein her? Wenn es kein anderer macht, muss ich es machen. Ja, es ist wirklich so. Ich sehe einfach, so viele Themen werden nicht viel angesprochen, weil die Menschen Angst haben. Und da sage ich dann einfach, ich habe das Selbstbewusstsein und ich habe die Information. Ich habe auch, ich sage mal, ich habe das Gehirn, um viele Informationen zu verarbeiten. Und ich sehe das als ein, ich sage mal, genetisches Geschenk, dass ich eine recht hohe Intelligenz habe. Und das möchte ich dann auch so gut wie möglich in der Welt anwenden und unter die Leute bringen. Super, okay. Hast du Vorbilder? Ja, natürlich habe ich Vorbilder. Also anfangs meiner Karriere oder als ich mich überhaupt mit den Themen befasst habe, war der erste Stefan Molyneux, was ein kanadischer damals YouTuber war, der inzwischen gelöscht wurde und der von den Medien auch zigmal verunglimpft wurde als White Supremacist. Was wirklich furchtbar ist, weil er einer der empathischsten und großherzigsten Menschen ist, die ich jemals so gesehen, erlebt habe. Er hat zum Beispiel zig so Podcastshows gemacht, wo die Leute ihn anrufen konnten, mit ihren Problemen sich bei ihm melden konnten. Und in meinen härtesten Zeiten habe ich mir stundenlang diese Podcasts angehört. Reine philosophische und psychologische Analyse, das hat mir sehr geholfen. Dann Jordan Peterson war auch eine Weile oder ist immer noch auch ein großes Vorbild. Da habe ich auch viel von gelernt über, also ich habe im Grunde durch Stefan Molyneux und Oliver Janich, habe ich meinen Libertarismus gewonnen. Und dann Jordan Peterson hat mir dann quasi so gezeigt, okay, wir müssen jetzt aber den Leuten noch zeigen, wie sie Selbstverantwortung übernehmen. Mit Freiheit ist es nicht getan. Und ja, das war so mein Weg dahin. Ich habe aber heute auch immer noch einige andere Idole. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind eigentlich meine Idole. Und ja, besonders muss ich sagen, ist Oliver Janich. Einfach habe ich großen Respekt vor, was er sich alles aufgebaut hat. Und es gibt auch einfach viele Freunde in meinem Leben, wo ich, ja, die sehe ich als Idole. Weil sonst wären sie nicht meine Freunde. Ich schätze und respektiere so vieles von den Dingen, die sie tun. Und ja, wahrscheinlich so mein Hauptidol, mein größtes Idol sitzt gerade hier mit im Raum. Das ist meine Mama. Ja, weil sie war von Anfang an dabei. Sie war meine Inspiration, hat mich aber nie zu irgendwas gedrängt. Und sie hat mir immer die Freiheit gegeben, meinen eigenen Weg zu gehen. Aber trotzdem immer etwas dazu beigetragen. Und mir war dann auch einen Schubs gegeben, dass ich meinen Mut behalte und mich aber nie dazu gezwungen, um auf die Bühne zu gehen oder so. Das kam alles von mir. Aber sie hat mir dann eben, ja, als ich da in den USA kurz vor meiner Rede war, hat sie mir dann eine ermutigende Nachricht geschrieben mit einem Herz oder sowas. Und das ist so, ja, das hat mich am meisten aufgebaut über all die Jahre und mir immer so die meiste Kraft gegeben. Das geht mir richtig ans Herz. Liebe Naomi, wenn wir jetzt an die Zukunft denken. Ja, ich meine, die kann jetzt ganz unterschiedliche Richtungen einschlagen. Eine, die uns vielleicht nicht so gut gefällt. Und eine, die du dir vielleicht wünschen würdest. Wie sehen denn für dich Lösungen aus für die Zukunft oder Visionen? Was würdest du dir wünschen? Also ich wünsche mir wirklich, dass wir Wege finden, diese ganze Zensur zu umgehen. Das ist für mich gerade so der größte Knackpunkt, wo ich denke, wir haben all die Informationen. Wir haben all die Wahrheit. Ich habe sie in meinem Kopf. Wir haben sie in Artikeln und so. Aber das muss wirklich an die breite Masse rauskommen. Und deswegen ist meine eigene Zukunftsperspektive so. Ich will alles versuchen, um diesen Weg weiterzugehen, auf alternative Plattformen mich auszuweiten, weiterhin auch versuchen, in den Mainstream auch zu kommen. Zum Beispiel heute war wieder ein Artikel von mir mit mir, ein Interview im Express UK, also auf der ganzen Welt. Ich will versuchen, die Welt da auch zu vernetzen. Wie gesagt, die deutsche Recherche, was wir jetzt alles so produziert haben, dass das auch so in die internationale Sphäre kommt. Dann sehe ich, dass wir eine Chance haben. Ich sehe nur, dass es so gefährlich ist und so schwierig ist, sich gegen diese ganze Zensur aufzulehnen. Und wie sollte die Welt aussehen, Dana-Manu nach? Lieber Thea. Ja, also so wenig Machtkomplex wie möglich und dass so große Plattformen wie Facebook und Twitter, YouTube und so, dass die Konkurrenten wieder so weit aufblühen können, dass dann die Ursprungs-Mainstream-Medien dann auch unter Druck gesetzt werden, dass sie wieder mehr Freiheiten geben müssen und weniger Zensur betreiben können. Also sozusagen, dass die Politik nicht immer stets die Großen bevorzugt, damit die Kleinen überhaupt eine Chance haben. Ja, weil im Grunde ist es letztendlich, ist es immer der Staat, sind es immer die Politiker, die da hinten ihre Finger im Spiel haben und die dafür sorgen, dass auch die ganze, das was wir als Kapitalismus bezeichnen, dass das im Grunde kaputt gemacht wird. Deswegen, das ist auch so eine falsche Auffassung von vielen Linken, dass sie sagen, der Kapitalismus ist an allem schuld. Nein, ich sehe, dass der Korporatismus an allem schuld ist, aber dass das ein riesiges Problem ist, was aber eben durch die Regierung viel mehr unterstützt wird und aufrechterhalten wird. Ja gut, je mehr Macht wir abgeben, desto leichter lässt sich einer, der die Macht gebündelt hat, korrupieren. Könnte man das so zusammenfassen? Ja, ganz genau so ist das, ja. Okay, ich danke dir unwahrscheinlich für dieses tolle Interview und vielleicht dürfen wir auch mal wiederkommen. Ja, gerne, freut mich sehr. Vil overkamen. quanto ist das? Ja, gerne, finde ich ganz schön. Ja, gerne, danke dir.